jo leute was geht wir spielen dago ab ich bin mal wieder zurück und ja es geht los 1500 für 12 stücken 2000 leute 2000 rsb gibt es da zu abgreifen booster habe ich mir den hit points booster geholt ich habe es ja gesagt jetzt habe ich wieder alles wichtige hit points damage und schild meine wichtigsten booster natürlich doppelbooster fällt bei hit points aber noch wer schaut da so genau drauf kommt sie machen jetzt eine box auf und gucken was da drinnen ist ich hoffe es ist was drinnen was uns schon was uns gefällt nie auf jeden fall heute mal im spektrum die sein ja wer ist nicht glaubt sollte lieber zweimal ich gucke auch gerade noch mal zwar hin das war gar nicht aufgefallen ich denke mal so mit mich waren lockt mich gleich einfach startgängende folge sehe ich selbst meine rang ist wieder weg da ist der stern wieder weg wahrscheinlich spielt wieder zu wenig aber ja stört mich eigentlich wenig der commander der commander wo ist ein commander pet ich brauche zwölf stück davon für die quest und dann geht es noch als meteoriten schießen weil wenn ihr die anzeige gerade oben gelesen habt hätte sollen müssen dann hättet ihr habt sollen müssen gesehen dass die als mit dritten aufgetaucht sind sind wirklich für den commander nur so wenig da naja ja für mich und schon wieder kein schilder kaufi supi läuft bei mir läuft bei mir macht gewohnheit machte gewohnheit machte sachen macht das einzige was wir brauchen oder um die kommen ganz klar nur von oben diese fanguards vengard sind auch alle kacke einfach mal ein bisserl sapen haben wir ja genug 2.000 rsb ist aber recht cool und 2.000 rsb gratis gibt oder unten ist der nächste sehr gut ich brauche jetzt mal eine andere information fliedermaus haben wir auch noch im angebot flieder 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 oder ist ein commander dass noch einer nein wo jetzt warten wir haben nicht ganz gekillt ich ihn jetzt er war rot man immer diese diese rote logik ja gar nichts was rot ist gehört an einem nein jetzt gehe ich erst recht in der mensch komm schon speed 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 nas ja nach anderen schießen man immer das rohengejugte immer werden aufnahmen unglaublich nächster gleich daneben auch wir brauchen noch acht stück ach so das ist schon fast kaputt deswegen tauchen die so wenig auf da unten gleich der nächste sehr gut jetzt sind die alle beieinander und alle angehittet ja das gibt es nicht dass die alle angehittet sind 45 super ist mit die homo und sanale und wenn es feinde schießen kill man die auch weg euch hat schon eingeladen von meinem besten kumpel sehr was geht da unten smiley servus gerade am commander schießen wo ich habe fast können kann kein hit points mehr sehe ich gerade da muss ich kurz weg wieder am platzen ja gegen ja habe ich gerade echt nicht geguckt drauf auf die hit points kommen lieber für vier baller bei es mit dritten ja gleich drei min uns noch ja wie soll ich denn da einen ding herausfinden den commander kann man das mal sagen wo er noch acht falsche formation falsche formation ganz falsch falsche taste das ist wieder unfair da kommen wir wieder die er dies mit dem maß ist nur dass sie nicht das minus bekommen so einfach mal hoch rappen zu zweit und dann bin ich noch umgereppt habe ich hier noch boost ja überall wo booster drauf gehört super dann kann man sich die bursche wahrscheinlich gleich beide erholen 22 ja muss gehen richtigen raketen habe ich draußen sollte kommen für aufladen wo man sich die ist jetzt vielleicht noch ein kommander dabei ja da ist jetzt noch ein kommander dabei entschieße ich noch schnell weil kommmann das sind schwer zu bekommen habe ich gesehen und ein kind behalte ich gesagt dieser die 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 maß ist und er hat ist am liebsten das wurscht auf minus ein bisschen über noch nicht noch nicht brauchen wir ich schaffe das noch einmal kurz alleine was mich mal alleine ich habe meine kunst mal ließ und suche muss ich die mal ich muss dazu machen wo sind die ist ja nicht sind sie denn ich da das ist immer so genau wenn man es dann jagt und sind sie nie da schließlich halt noch schnell meine drei commandos oder ist da ist da schon einer da ist er ja schon na mir gefällt dir das aus dem hinterhalt gekillt zu werden mit minus also ich mit minus mir ist es ja wurscht du hast es verdient ich bin da nicht so einer der der unbedingt der gleichen masi braucht weil ich mich man ich verdrück mich schon wieder weil ich mich da irgendwie ankacke wegen dem bisschen minus ja die barang punkte oh was soll ich dachte dass dieser wieder alle haben dieses design ich habe das noch gar nicht da unten ist noch ein kommande wie schaut es mit der quest gerade aus wahrscheinlich kommt der c gleich mit seiner erde wieder geholt ja obwohl ich könnte mir auch den sie noch dazu holen der c schon eigentlich da ist komm letzter commander schau mal wo ist er jetzt da letzter commander nice und ich will keine eisraketen erschießen ich habe noch sechs stück weg damit wieso quest fertig 2000 sp danke komm komm naja ich helfe da mal so sowas was von egal jetzt denkt er sicher ich helfe ihn nice kommen die kills warten auch bis ich damage bin dann kannst du angreifen komm schon komm schon da jump mal durch ach so ja bleib mal da bleib mal da wie schaut's aus ja ja ich hab den kohlhofer jetzt reibt das mir noch unter die nase nie eigentlich wollte ich noch eis schießen gehen haste jetzt aber schöne kills 444 pass immer noch schnell 444 und dann ja dann schießen wir uns noch ein paar eis oder gucken noch was noch so passiert in ziehen habe ich gerade eigentlich echt dazu geholfen will abschüsse zu machen so wie er letztes mal mir ein bisschen auf 44 geholfen hatten aber abschüsse zu kriegen aber 44 manchmal das war ja gerade alles nur ein paar laus die da aufgetaucht sind ja die bedungt aufs laus man wirklich schnell down ist auf ok fangs tarnen wir sich wenn es peter ist noch sehe ich keine slp also geht es derweil noch noch alles gut wer die tauchen dann gleich auf der andere hat durch bis jetzt passiert noch nichts kommen wahrscheinlich auch nicht mehr komm schon bei nice den hat nicht mal seine unterschiedung was genützt war zu zweit geht das ja gleich mal wieder viel besser wenn man jagen geht muss ich gleich mal nix des meils ablassen leute da kommt gleich der nächste sehen du bist der beste was das ist du bist der beste das so cool ja es muss heutzutage einfach sein in der heutigen zeit dass da er die und mars oder sonst wen oder zusammenspielen müssen weil sonst kriegst eine kies nicht mehr sie ist die die er noch achte sind jetzt auch gekommen mit er die unten maße muss die nicht minus und so hin und her bekommen aber sie dennoch dann zu zweit oder andere meteorit wurde schon geschossen und wie wir die rasiert haben ich bin schon voll bin schon voll ja und genau wo ich eine herz ram mache ist ein ding aus wo er doch die information ja die habe ich ihn wie bisher in aktiv da kann ich eigentlich statt jahrsraketen her machen genau es gab dann noch eine neue genau dieser ergänzend rumpf steuern hat mit der wellen formation thron bewegen sich wellenförmig ohne vor bla bla da gibt es ja gar kein also es ist einfach nur so zum spaß das verfahren minus 100 prozent r punkte erhalten plus fünf prozent leserschein gegen aliens von aliens acht prozent mehr hp 100 prozent der punkte es ist ja auch cool auch uncool aber wenigstens wird schon beschriftet ist viel einfacher hier zu lesen im shop da ist das ja gleich so ein text und hier draußen ist das gleich viel schöner zusammengeschrieben na was machst du sonst so was macht sie sonst so kann ich gleich mal auf handy gucken nebenbei so nix nebenbei facebook schon erst so ok ja ok da ist meteoriten scheint nicht mehr wirklich aufzutauchen schade eigentlich ziemlich fahrt damit sie ihn auf der map auf jeden fall werden super keys gemacht was ich kann nur sagen wenn ich auf unsere zeit zu schauen wir haben wieder heute unsere gute folgenzeit wieder mal erreicht ich habe das wichtigste berichtet unser kolo ist weg der kolo ist weg leute ein stern ist weg jetzt muss ich wieder mit photoshop einen stern dahin kleben aber bis jetzt ist es euch ja nie aufgefallen haha ja zieh rauf zieh rauf zieh rauf bitte zieh rauf oder haut er gleich ab ja meine klicks geht alles wenn er noch sich geht rep macht dann hat er verkackt dankeschwester ach nee gut ich verabschiede mich jetzt von euch wir sehen uns hoffentlich jetzt wieder bei der nächsten folge wieder ihr kennt das ja spielchen und ihr wisst ja was jetzt sicher kommt richtig haut rein jetzt